Weißt du, was wir hier reingesagt haben? Ja. Wir sind hier im Backbreder Käse. Ein Mittelalterfestival am Wochenende des 6. Augustes 2016. Und wir gucken mal, was uns so erwartet hier. Alles sehr spannend. Und wir gucken mal, was uns so erwartete, was uns so erwartete. Und wir gucken mal, was uns so erwartete, was uns so erwartete. Schau aus der Küche raus, zum Fenster hinaus. Und wir gucken mal, was sehen auf der Küche, dieses Pony. Und ich gehe hin, er kommt auf mich zu und seitdem verfreut er mich. Ja. Und er macht ganz gefährliche Sachen mit mir. Schaut mal hier. Ich gehe auf ihn zu. Der Schneid wieder nicht, weißt du? Ich glaube, er möchte einen Apfel im Mund oder einen Apfel auf dem Spieß. Ach, dann kannst du einen Apfel auf dem Spieß? Nein, nein, um Gottes Willen. Ich gehe auf ihn zu. Ich gehe auf ihn zu. Ich gehe auf ihn zu. Ich gehe auf ihn züge. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.